Simon John Cadell war ein britischer Schauspieler in Film, Fernsehen und dem Theater. Er spielte in den Kinoproduktionen Unten am Fluss Meteor oder Tod im kalten Morgenlicht. Leben und Karriere Simon Cadell, geboren 1950 im Londoner Stadtteil Marylebone als älterer Bruder der Schauspielerin Selina Cadell, folgte früh der Familientradition der Schauspielerei. Sein Vater, John Cadell, ein Theateragent, war der Sohn der Londoner Westend-Schauspielerin Jean Cadell. Cadells Mutter Gillian arbeitete als Rektorin an der Guildhall School of Music and Drama. Nach seinem Besuch der Bedales School in Petersfield in der Grafschaft Hampshire hatte er seinen ersten Bühnenauftritt im Jahr 1967 mit dem National Youth Theater in einer Peter Thiersen Theaterproduktion. Anschließend schloss er sich der Bristol Old Vic Theater School an und begann seine Laufbahn als Schauspieler er Ende der 1960er Jahre mit Rollen am Theater und in britischen TV-Serien. Sein Debüt als Fernsehschauspieler gab er 1969 in der Serie Hardly. Cadell spielte neben seiner Karriere am Theater in rund 30 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Dort hatte er Auftritte in Spielfilmen, Serien, Fernsehfilmen und Fernsehminiserien. Man sah ihn unter anderem in Hardly Play for Today. Jim Bergerak ermittelt die unglaublichen Geschichten von Roald Dahl, Live Without George, Screen One oder Singles. Komplexere TV-Rollen spielte Cadell unter anderem von 1980 bis 1984 in der Reihe High the High, in 33 Episoden, wo er den Charakter des Jeffrey Fairbrother verkörperte. Seine Auftritte in Kinofilmen fokussierten sich auf wenige Produktionen. Er übernahm die Sprechrolle in dem populären britischen Zeichentrickfilm »Unten am Fluss«, des Weiteren einem kleinen Part als BBC-Newsreporter in dem Katastrophenfilm »Meteor«. Seinen markantesten Kinoauftritt hatte er in der Rolle des psychopathischen Arztes in der Friedrich-Dürren-Mat-Literaturverfilmung »Tod im kalten Morgenlicht« des niederländischen Regisseurs Rudolf van den Berg kurz vor seinem Tod. Simon Cadell verstarb am 6. März 1996 im Alter von 45 Jahren an einer Krebserkrankung. Er war von 1985 bis zu seinem Tod mit der britischen Schauspielerin Rebecca Croft verheiratet. Mit ihr hatte er zwei Söhne. Cadell war der Stiefsohn des Comedy-Autors und Regisseurs David Croft, der Stiefbruder von Penny Croft und Michael Thomas. Ferner der Cousin von Patrick Cadell und Guy Siener Auszeichnungen 1993 Laurence Olivier Watt für die beste Comedy-Performance für Reisen mit meiner Tante Filmografie Kino 1978 Unten am Fluss 1979 Meteor 1996 Tod im kalten Morgenlicht Fernsehen 1969 Hartley 1971 Hein 1972 Love Story 1975 zu 1980 Play for Today 1976 The Glittering Price 1978 Wings 1978 BBC 2 Play of A Week 1978 1990 1978 Edward und M.S. Simpson 1978 zu 1980 Enemy at the Door 1980 Square Mile of Murder 1980 Premiere 1980 zu 1984 Heidi Hei 1980 zu 1989 Minder Minder When they would come in 1981 Jim Bergerak ermittelt 1981 zu 1984 Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl 1982 Saturday Night Thriller 1985 Plot on the Landscape 1987 1987 1987 zu 1989 Life Without George 1989 The Dog It Was A That Died 1989 Anything More Would Be Greedy 1990 Es Führt Kein Weg Zurück 1990 Screen One 1991 About Face 1991 Singles 1996 Circles of Deceit Calone